Hochschuld. Schön Janis. route put." Batschi gemacht? Der hat die Spielübersicht. Hab die, grad der Pass wieder. Die Diagonal bei der Flucke, die hat er richtig gut im Moment. Patschi. Das ist euer Training, das ist, ihr habt mit ihm gar nichts so. Tschüss Felix. Komm Felix, den nächsten machst du. Gut Luca, nochmal. Ja nochmal. Ganz ruhig. Ja, komm, komm. Ja, okay. Und Gegenspieler, Jan ist da. Luca hier. Weiter, 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 weiter. Und jetzt spielen. Und schieß mal. Ja Felix. Felix, das Schloss. Eigentor. Eigentor. Nach Vorlage von Luca. Durch Ecke.